Hey, ihr lieben Mixed Prats und willkommen zu einem neuen Super Mario Bros Video. Diesmal auf der Wii U. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir haben ein kleines Abglück gekriegt. So, erstes Level. Ähm, ohne Nunchuck, Alter, wie spielt man das? Hö, ja, hopla. Okay, oh, oh. Uh, okay. Hui, ähm, äh. Mit einem Propeller konntest du wieder gleiten. Oh, oh, schau mal, du kannst dich hier an die Wand hängen. Oh, ja, stimmt, das Eichhörnchen kann irgendwie noch an die Wand hängen. Schau mal, hier so. Ja, eben, das Eichhörnchen kann an die Wand hängen, irgendwie. Ja, da. Oh, komm schon, einsammeln. Hey. Oh, für mich geht's ein Leben. Oh, so, und, aaaaaaah. Oh, ja, ja, ach du. Oh, ja, ja, der ist aber fies hier. Ja, ich glaube, das ist ein Secret. Das sieht so aus. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh, fliegen. Ja, hier, ich schau, hier müssen wir uns festhangeln. Weeeeee. Oh, ah, Hilfe. Hey, was machst du? Wir müssen zwei gedrückt halten. Ja. Um zu schweben. So, ganz einfach. Ah, alter, nee, was ist das denn für eine Scheiße? Haben wir jetzt eine verpasst? Ja, ne. Oder ist hier unten vielleicht noch eine? Warte mal. Äh, hier. Vielleicht. Ja, vielleicht, gehen wir rein. Nee, ist einfach ein Leben. Nein. Irgendwo. So weit zurück können sie nicht liegen, oder? Das ist das erste Level und wir haben schon, jetzt schon mega so einen Struggle. Alter, ich will nicht. Aber da ist, da ist, da ist komischerweise, da ist komischerweise, da ist, da, da, da rum. Alter, warte, da waren wir doch. Kommen wir da nicht her? Hä, warte, warte, warte. Hä, waren wir schon mal, Alter? Hä? Irgendwas, irgendwas ist ganz komisch. Ja, warte mal. Ich geh mal da hoch. Nee, da waren wir schon. Warte, vielleicht gibt's hier noch? Hä, Digga? Wo ist diese Starcoin, Mann? Äh, lol. Das war aber sehr weit zurück. Alter. Das erste Level schon zu krank, versteckt hier. Ey, wir müssen machen, wir haben nur 30 Sekunden. Oh, scheiße. Noch nie hatten wir so einen Zeitstress hier. So. Nein. Sei nicht so langsam. Ja, ich bin dran, Alter. Ich bin so langsam. Ich seh nichts. Zehn Sekunden. Ja, du musst nicht, ich bin vorne. Du musst schneller machen. Ah. Oh. Nein. Noch eine Sekunde, Mann. Nein. Das erste Level habe ich nicht mehr geschafft, Mann. Was ist das denn hier? Ah, okay, also. Wieder zurück. So. Zweiter Versuch, hä? So. So, jetzt ein bisschen, aber schneller. Hm, jetzt wird euch gesprintet. Tee-tuh-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Ich habe mir das Leben genommen, wie man das so schön sagt. Guck, jetzt hier einfach 2 gedrückt halten. Da kannst du schön hier so runter fliegen. Wenn diese Eichenchen nicht im Weg wären. Ja, nein, nicht so schnell. Ja, aber hier ist noch ein Leben. Willst du dir das Leben nehmen? Ich nehme dir das Leben. Ist aber ganz fies. Okay, und let's go. Ich glaube, wir hätten nicht mal springen müssen. Ja, trotzdem. Safety. So, okay. Erstes Level geschafft, Leute. Wer hätte es nicht anders gedacht, Mann. Ah, da kommt ja schon bald der Boss. Schiefes Bergwerk. Ja, die sind schon schief hier. Hier drüber. Ja, ja, ja. Ähm. Okay, ich behalte den mal. Aber da oben hat's... Ne, ich glaube, da kommt man nicht rein. Wenn man klein ist vielleicht. Mal schauen, wie schief das wirklich ist. Oh ja, alles sehr schief. Ja, klar. Ja, klar. Oh mein Gott, Alter. Ne, komm. Alter! Alter! Kritisch! Kritisch! Ich geh mal da runter. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da was. Ja, am wenigsten. Vielleicht gibt's hier noch eine Wand. Okay, ne. Ja, es gibt eine Wand. Warte, wie kann ich so... Es gibt hier was da unten? Ja! Aber ich trau mich nicht mehr. Ja, ähm... Warte mal. Endlich zu hoch? Ja, als ob, Alter. Nee, Alter, never! Nee, ich glaube, aber warum geht das da oben zu? Ich glaube, es geht einfach da oben zu. Rutsch, 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 rutsch! Yey! Oh, da! Erstes Darkoins. Aber gut, super. wir haben nichts verpasst bis jetzt aber legen tut es immer noch wenn man stürzt ja da unten musst du rüber sprinten ok gibt es noch etwas ja neben vielleicht feuerblumen haben einen geheimgang gefunden das ist aber eine gerade röhre hier ja das sieht böse aus was meinst du keine starcoin scheinbar nicht oh das ist so ein block hier schon lange nicht mehr ich habe jetzt schon 14 leben ja 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 da ist ein bisschen leben wahrscheinlich ja aber nicht so ja das müssen wir mit dem panzer machen ja da mit dem ding star ja ich sehe ok wie wäre es wenn wir den check point holen ja und dann sterben genau wir können das nächste mal wenn wir sterben dann auch als ausrede nutzen und sagen ja ja das ist das wollen wir natürlich genau so da haben wir auch schon das leben da runter müssen wir jetzt oh das war interessant das war ein lustiges 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 lutschen oh das ist echt lustiges zu haben wir eigentlich schon ein checkpoint hä gibt es hier überhaupt einen ne ich weiß nicht doch stimmt das sind wir schon vorbei ja gehen wir jetzt noch sterben oder machen wir es fertig und einfach machen wir es ja gut stimmt obwohl dann müssen wir ne weil dann können wir beim check point schon ja komm sterben wir noch kurz oder warte drücken wir ab so also leute taktisch gespielt hier ne das war nicht aah ja komm man aah ja willst du deine vollbildung noch ja aber ich kann nicht wenn du im weg bist jaaa ich kann nicht wenn das deinem Weg ist geh doch einfach hoch ja dann geh doch du einfach hoch hier ja jetzt kann ich auch einfach hoch doch runder müssen wir doch nicht dazu könnte netizen knüpfen also warte mal ich nehme den mit ja aha smart ich hätte fast vergessen warum wir hier ہängen zurückgekommen und jetzt Nein, das war nicht richtig. Ich glaube, wir hatten ihn in der Röhre gemusst. Ja, nein. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Ja, nein. Das ist wieder weg. Oh, Bruder, was ist das denn für eine Scheiße hier? Du schickst doch einfach runter. Wann ist das jemals die Lösung? Ja, keine Ahnung. Warte, warum haben wir eigentlich den dritten Tag oder nicht? Die kommt später dann. Ja, egal. Komm, wir schaffen das auch, wenn wir klein sind, ja. Das ist Super Mario auf der Wii U, ist deutlich schwerer als auf der Wii. Oh, oh, wow! Ja, nee, ready, geh da nicht runter, weil das ist niemals die Lösung. Warte mal. Ja, ja, ich warte. Ja, hast du es gesehen? Oh, und rutschen. Boah, das war ziemlich rutschig hier. Ja, das ist einfach ein Pilz. Hä, seitdem gibt es das hier. So, Freiblenme. So, zweites Level auch dann, Leute. Ja, easy. Das war auch fast Förster. Ja, lelelelele. Ich finde es viel schwieriger mit denen hier so zu erkennen und wenn sie springen. Ja, das ist wirklich... wir brauchen die eisblume ja ich habe gesagt das ist doch rechts ist natürlich gesehen es geht viel einfacher wenn wenn mit dem blühen steckt ja ja das war das verdächtige aber hier werden uns ich glaube hier müssen wir in diesem ring gibt es ja vielleicht so ein block im ring ja wo bin ich schlau oder alles war ziemlich smart das ist einfach so aus dankeschön ich habe einfach Angst dass die sequention hier ich komme nicht hoch so ein bisschen angst habe ich auch so hello there ich komme nicht durch mach schnell mach schnell ich kann dir nicht lange halten da ich gar nicht nein so nimm dein ding oh ja danke nicht sterben so perfekt es ging ja wie geschmiert ja so ok gehen wir mal weiter wir haben ja schon eigentlich alle star coins das heißt wir können einfach hier ganz gechillt hier diese türe rein hier ganz easy going dankeschön und nehme ich diese hier noch so easy warte mal warte mal was machen wir hier eigentlich du frierst den ein und ich sterbe oder was jetzt das ist jahrelange erfahrung das wäre es gewesen mit dem ersten teil super mario bros auf der wii u wir hoffen euch hat es gefallen im nächsten video geht es dann weiter mit dem rest von der wii u welt und wir sehen uns dann im nächsten video wieder haut rein und tschauiii eure gute warte mal warte mal Untertitelung des ZDF, 2020